Menschen, welche Strafen haben, haben schlechtes Wissen. Menschen, welche gute Antworten haben, geben niemand Verantwortung, weil Verantwortung, Vergabe eine Schuldübertragung ist. Schuld ist eine Form von Strafe. Oder eine Bedingtheit, welche dann mit Strafe abgegolten ist. Also, solches, bei welchen so gehandhabt ist, welche schlechtes Wissen haben. So stimmt's. Du kriegst eine Warte gar nicht, ich schlade gar nicht nur die Rede.